Alles gut da drüben? Suchst du dir jetzt mal einen Parkplatz bitte? Ja? Suchst du dir jetzt einen Parkplatz? Und? Naja, kannst du doch mit reinkommen zur Not. Komm einfach mir hinterher hier fahren, okay? Ja, du kannst jetzt die Leute begrüßen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Wir sind heute hier MSC Dannengrund in der Bolle. In der Bolle ist das wo? Also quasi daheben. Heute Heimspiel. Heimspiel daheim. Wir fahren heute eine Runde Moped. Hier fahren noch andere heute Moped. Olli fährt heute hier Moped. Hanni und ich sind die Mechaniker. Dino will auch fahren, der hat schon die Sandballlatschen an. Er hat zwei Wanderschuhe. Und nachher geht es ganz normal los hier. Was trinkst du? Meine Verwandtschaft. Zero. Deine Verwandtschaft. Die Lichtmaske noch am Motorrad ran. Ich habe es noch nicht umgepackt. Schnippi ist ein neues Mobil heute. Hat gerade eben die Übergabe gekriegt. Das macht dich mal nützlich. Halt mal. Jetzt wird noch gebohrt hier. Drei, vier Löcher. Zehn Löcher. Zehn Löcher. Ey, die ist neu. Die ist noch nicht bezahlt. Wir sind jetzt hier zum zweiten Training. Erstes ist es schon vorbei. Da hat Hanni nichts gefilmt gehabt. Also gelobt jetzt Besserung, stimmt's Hanni? Ja. Ja. Und so an sich ist es alles schön. Es ist nicht allzu nass. Es ist nicht zu trocken. Es ist genau richtig. Die Sonne kommt jetzt raus. Und schon. Und schon. Ich brauch's drei. Das ist reißlich. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt. Ich bin aber auch mit Attacke. Das kann doch gefallen. Ja, das macht's für keinen. Das war's für heute. Was macht er? Komm Junge! Jawohl! Lieber Chef, freut sich wie ein Keks. Die Gle macht Hanf-Keks. Wie intendest Du es? Willst Du ihn? Warum solltest Du ihn? Dranbleiben, dranbleiben! Geil, mein, du alter Schwurft, der Junge, das tut immer! Ja, das verändert natürlich das magische Brutal. Mit Ausnahme von Brutal, den Schuss mit Adler, das schwitzt, ey. Fette Schwitzen, oder? Ja, das ist fette, ey. Warum bist du denn hier fahren? Ich bin hier fahren. Minimal. Ja, das ist ein wohl beliebter Schiff. Ne, das ist immer eine gute Ausnahme. Ach so. Und jetzt machst du? Ja, ich versuche hier am Schott zu sein. Und nochmal so wie vorhin. Und rechts. Ne, dann machst du dir eins und lässt dich nicht hetzen. Mach's schön zu immer. Ja, knallhart. Guckst ein bisschen. Ich hab keine Schwester, ich rede mit. Nicht? Ne. Cool, wir haben ein netto Einkaufswagen. Warte mal, wir wollen welche Fotos von dir machen. Ja, das ist hier noch weiter. Von gestern. Seine Fans wird auch. Wahnsinn. Klappt das jetzt hier? Ja. Du filmst jetzt schöner und dann geht uns alles entgangen. Guckt euch die Achterbahn an. Hoch. Rum. Nein, den Kasten. Und dann ist die Sackheizung schon da. Und dann hängt eine ganz guter raus. Saas dazu. Schöner warmer Arsch. Du machst das. Ja. 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 Entsitzend. Ja. 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 Ich weiß, wir holen die Warte an, die Nachbarn, das wird besser, ja, ich weiß es. Greif an! Halten! Das waren beide Leute, hör ich! Ja? Dann haste ein Tor in ihr selbst geschossen! Herzlichen Glückwunsch! Großen Applaus! Wir haben die Güste! Ich muss noch Bomben holen! Sogar bis zum einen Eurew founder und Nutzer! Von den Binnen! Heute ist noch Jaします! Herzlichen Glückwunsch,